Digital ist voll auf dem Vormarsch, Ground Zero ist auch mit dabei mit der Serie GZLA Micro als Ein-Kanal-Endstufe für einen Bass und eine Vier-Kanal-Endstufe für die anderen Lautsprecher oder welche Kombinationen auch immer und mehr gibt es nach dem Intro. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen mit der Ein-Kanal-Endstufe und zwar mit dem Monoblock GZLA Micro One, das ist jetzt eine Digital-Endstufe, also ihr seht schon am Gehäuse, die sind beides die gleichen Gehäuse, sind extrem klein und extrem robust, also das ist wirklich ein massiver Metallkörper mit Anschlussmöglichkeiten oder mit dem entsprechenden Anschluss-Kit, der im Lieferumfang natürlich mit dabei liegt. So und was macht unsere GZLA Micro One denn überhaupt? Also die macht leistungstechnisch einmal 220 Watt RMS Leistung an 4 Ohm, das heißt einen ganz normalen pauschalen 4 Ohm-Wufer oder wenn ihr einen 2 Ohm-Wufer habt oder einen Doppel-Schwingspulen-Wufer mit jeweils 4 Ohm parallel geschaltet auf 2 Ohm runter, haben wir hier am Ausgang und zwar ist es der hier, das ist unser Lautsprecherausgang, haben wir 350 Watt RMS Leistung, also ein Leistungsbereich, wo ich sagen würde, damit kann man schon richtig was wuppen und was ist jetzt eigentlich das obergeile an dieser Endstufe oder an diesen beiden Endstufen an der Serie, das ist die Bauart. Eine Digital Class D Endstufe, die eine brutale Effizienz hat, das heißt ich habe hier kaum noch Wärmeverluste, es wird nicht mehr großartig heiß, ich habe auch kaum Stromaufnahme notwendig, also die 4 Kanal Endstufe zum Beispiel ist abgesichert mit 10 Ampere, mit einer 10 Ampere Sicherung, das heißt die macht maximale Stromaufnahme 10 Ampere als Dauerbelastung, impulsmäßig vielleicht mal kurzzeitig drüber, aber das bedeutet schon, hey ganz wenig Stromaufnahme auch für neue Elektrofahrzeuge, überall wo Strommangel vielleicht sogar da ist, genau hier kommen wir jetzt mit den Micro Digital Endstufen von Ground Zero. Der Anschlusskabelkit hat es auch in sich, da haben die Jungs sich richtig was bei gedacht, bei Ground Zero, also einfach zum Abstecken, wir haben hier ein Stromkabel, ein Plus und ein Minus, das Minus besteht jetzt hier in dem Fall aus drei einzelnen Kabeln, aber dann eben zusammengefügt, damit die ganze Stromaufnahme dann wieder passt, das wird ja an der Karosserie befestigt und hier bei dem, was haben wir hier, das dürfte hier so ein 4 oder 6 Quadrat Powerkabel sein, da ist jetzt, da würde jetzt der Profi sagen, hey eine Lüsterklemme, da hat sich Ground Zero extra das bei gedacht, zum sagen wir machen wenigstens eine große Lüsterklemme dran, für Leute die das Ding jetzt einbauen wollen, aber keinen Lötkolben haben und es soll auf jeden Fall vermieden werden, dass jemand auf die Idee kommt, die Kabel so abzuisolieren und zusammen zu drillen, deswegen haben sie gesagt, wer keinen Lötkolben hat, der soll wenigstens dann diese Lüsterklemme verwenden, aber ansonsten ist die ganz klare Empfehlung eine Verlängerung zur Batterie mit einem Kabel zu machen und das dann richtig zu verlöten und richtig zu isolieren, dann haben wir es perfekt und wir haben an dem Kabelanschluss haben wir jetzt eben noch zwei Cinch Eingänge, die wir aber auch abschneiden können und zwei Lautsprecher Eingänge haben können und einen mit einem Hochpegeleingang rein fahren können in die Endstufe, das heißt, für Autoradies die Cinch Ausgänge haben, also einen Subwoofer Ausgang, wo ich dann am Radio separat regeln kann, kann ich das als Cinch Eingang nutzen, deswegen sind jetzt auch Cinch Stecker dran und kann dann an der Endstufe meinen Schalter entsprechend einstellen, dass die Endstufe weiß, ich benutze dieses als Cinch Eingang. Habe ich ein Autoradio wie ein Original Autoradio von Mercedes oder Audi, wo eben keinen Cinch Ausgang hat, da habe ich nur Lautsprecherausgänge und dann habe ich da eben mein Signal drauf, mit dem ich dann in meine Endstufe reinfahre, dann würde ich praktisch die zwei Cinch Stecker hier abzwicken, damit habe ich jetzt wieder zwei Lautsprecher Leitungen, wo ich dann einmal vom rechten und einmal vom linken Kanal vom Lautsprecher, wo im Auto installiert ist, eben abgreifen kann und mit einem High Pegel rein fahren kann in die Endstufe, das heißt eben mit einem bereits verstärkten Signal, wo eben 4x50 Watt oder 2x50 Watt in dem Fall drauf sind und das kann ich wiederum mit dem Schalter sagen, ich benutze die Lautsprecherausgänge vom Radio und nicht die Cinch Ausgänge und kann eben entsprechend beides damit nutzen und wenn ich den Lautsprechereingang nutze, dann brauche ich auch kein Remote Kabel mehr, wo meine Endstufe dann praktisch anschaltet, wenn ich das Radio anschalte, sondern dann erkennt die Elektronik hier drin bereits, da hängen jetzt Lautsprecher dran, da ist die Anlage vom Auto eingeschalten, also schalte ich auch ein und schon geht es los und habe meinen Sound am Subwoofer mit dran mit meinem Lautsprecherausgang. Zusätzlich dazu bei der Mono Endstufe, also für die Bass Endstufe, haben wir hier zwei Kabel, damit kann ich nämlich hier mit einem Verlängerungskabel, egal wo ich die Endstufe montiere, im Kofferraum oder hinter dem Handschuhfach oder sonst wo, mit dem Pegelregler hier extern auf meinen Subwoofer Einfluss nehmen und zwar vom Level, also vom Pegel, von der Lautstärke und das wird dann einfach nur hier zusammengesteckt gespeckt und so und damit haben wir dann auch schon die Verlängerung und habe automatischen Subwooferregler, den ich vorne direkt irgendwo montieren kann und von da aus bedienen kann. So und eingebaut als Filter haben wir einen Subsonic Filter bei der Endstufe, bei der Bass Endstufe, die den Tiefstbassbereich wegfiltert und zwar zwischen 15 und 25 Hertz kann ich mir das auswählen und habe einen Low Pass Filter, der ist regelbar zwischen 30 und 400 Hertz, also ich bin hier eigentlich sehr flexibel, was die Einstellung für meinen Subwoofer betrifft und kann hier mit einem sehr geringen Aufwand und mit vor allem einem sehr wenigen Platzbedarf und Strombedarf extrem geil Bass machen, also Voraussetzung ist natürlich ein guter Subwoofer noch dazu, das ist ja jetzt nur dafür stärker. Für alle die das Signal per Cinch in die Endstufe einschleifen, weil sie eben mal Autoradio haben mit Cinch Ausgang, die haben dann am Autoradio immer einen Remote Ausgang, den ich dann auch mit diesem roten Kabel verbinden muss, weil jetzt durch dieses Remote Signal die Endstufe dann weiß, jetzt muss ich anschalten, das hat nichts mit den Lautsprechereingängen zu tun, wie eben erklärt, sondern mit Cinch brauche ich parallel dazu mein Remote Kabel, das ist meistens blau oder blau weiß am Autoradio. Die Endstufe ist so ultra klein, dass die Regler für die Einstellungen vom Level, vom Subsonic Regler oder vom Low Pass Regler nur noch ganz kleine Endstückchen hier sind. Hier haben wir zum Beispiel den Level Regler, den wir eben hier entsprechend mit dem Potehintler rauf und drunter drehen können. Das zweite hier ist der Subsonic von 15 bis 25 Hertz und hier hätten wir jetzt den Low Pass Filter, der von 40 bis 400 Hertz geht, nicht von 30 bis 400, sondern von 40 bis 400 Hertz, halt voll aufdreht oder ganz zu bei 40 Hertz. Wir haben dann hier drüben haben wir noch unseren Bass Boost Regler, das heißt wir können hier nochmal im Bass Bereich nochmal einen Peak mit rein machen, in der Regel lassen wir sowas auf nahezu null, weil das nur künstlich Bass aufträgt und der letzte Regler, da haben wir dann den Face Shift, das heißt hier kann ich dann sagen, ich passe mir die Phase an und zur Phase gehen wir mal schnell an die Tafel und zeige euch genau was ich damit meine. Ich versuche euch jetzt mal Face Shift zu erklären und zwar haben wir unsere Signalachse hier und jetzt hätten wir zum Beispiel unser Frontsystem, ja das ist ja auch da und wir haben das Face Shift passt praktisch den Subwoofer zum Frontsystem an, darum hat auch nur die Subwoofer Endstufe, der Monoblock diese diese Face Shift Funktion und wenn ich jetzt mein Front Lautsprechersystem anschaue, das hat jetzt zum Beispiel das Signal geht los und kommt mit der Welle wieder und würde jetzt hier wieder ein weiteres Signal machen und und jetzt kommt aber, das ist jetzt nur Frontsystem, das spielt jetzt in dieser Sinuswelle zum Beispiel, ja und jetzt kommt der Subwoofer und es könnte ja sein, dass der durch die Filteranordnung, durch das, dass der Woofer weiter hinten spielt im Kofferraum als das Frontsystem und so weiter, das heißt dann Phase, weil der Woofer hat jetzt rein theoretisch sein eigenes Signal, das ja auch so läuft und im besten Fall läuft das Signal natürlich synchron zum Zeitpunkt wie das Frontsystem mit der Phase. Jetzt male ich mal was ganz Negatives aus, jetzt hätten wir hier eine ganz krasse Phasenverschiebung, die dann so ausschauen würde, das heißt der Bassschlag von meinem Frontsystem würde zu dem Zeitpunkt den vollen Pegel haben und erst später kommt dann der Bass und hat dann auch diesen Pegel da dran. Schöner wäre es ja, wenn praktisch der Hochpunkt vom Subwoofer mit dem Frontsystem synchron läuft, das heißt ich müsste den jetzt mit dem Face Shift schieben auf den nächsten Pegel mit drauf, das heißt ich kann jetzt mit dem Potentiometer, wo an der Endstufe dran ist, der Face Shift, dieses Signal nehmen und verschieben, dass das praktisch dann hier los läuft, mein Subwoofer und synchron eben mit meinem Frontsystem zusammenspielt, das heißt ich brauche hier kein Messgerät, wo mir das irgendwie sagt jetzt richtig oder falsch, sondern ich kann mit meinem Schraubenzieher, gehe ich an das Potentiometer dran und mache ein Hörcheck, indem ich das Frontsystem und den Subwoofer ähnlich laut laufen lasse, also bitte nicht den 30er Subwoofer voll Gas laufen lassen, voll aufdrehen und das 16er Frontsystem zum Beispiel, das läuft relativ leise, dann würde ich den Unterschied nicht deutlich hören. Ich muss schauen, dass mein Subwoofer relativ leise ist, also vielleicht vom Druck her ähnlich wie das Frontsystem und dann höre ich sofort, ob das passt, ob die übereinander liegen oder wenn ich weiter drehe an dem Regler, ob das besser oder schlechter wird, das heißt der Bass präziser, schöner und sogar ein bisschen voluminöser wird oder eben schlechter wird und da wo es am besten klingt, einfach das Potentiometer stehen lassen. Jetzt haben wir noch genau zwei Schalter auf dieser Bedienfront, wir haben hier unten drunter noch den Schalter, ob ich diesen Fernbedienerregler mit ansteuern mag, ja oder nein, weil je nachdem, wenn ich eben nein habe, dann habe ich hier meinen Levelregler als Potentiometer oder wenn ich sage ja, dann regle ich die Lautstärke von hier aus. So, zweiter Schalter, das ist diese Wippe hier, eben einmal rein drücken, heißt High Level In, das heißt mit Lautsprecherkabel rein oder eben die andere Schalterstellung mit Cinch Kabel rein, das sind die zwei Varianten, einmal mit Cinch rein fahren, Schalter gedrückt halten, wie auch immer in der Anleitung steht es richtig drin, auf jeden Fall muss ich hier die richtige Position wählen oder mit abgezwickten Cinch Steckern und direkt über das Lautsprecherkabel das Signal einfahren, eben die andere Schalterposition. Passend zur GZRA Micro One, also unseren Monoblock, der für den Subwoofer zuständig ist, haben wir jetzt noch die vier Kanäle, die GZRA 4 Micro oder Micro Four, die bedient jetzt vier Lautsprecherkanäle, eben zum Beispiel Front Lautsprecher und Heck Lautsprechersystem mit dazu und hat das Ganze mit vier mal 60 Watt RMS Leistung zur Verfügung und wir können auch eine andere Variante fahren, wenn wir sagen okay, das mit der Mono Endstufe noch zusätzlich ist vielleicht gar nicht so gewünscht, wir machen alles mit der Endstufe hier, dann haben wir zwei mal 60 Watt RMS für zum Beispiel das Front System und einmal 200 Watt RMS an 4 Ohm für einen Subwoofer und da haben wir jetzt auch einen vorgefertigten Kabel Kit, hier ist genau das gleiche mit den Lüsterklemmen, die hier mit dran sind und wir haben halt jetzt vier Lautsprecher Ausgänge, also Front rechts links, Rear rechts links, beziehungsweise dann eben gebrückt den Subwoofer, wie man den genau anschließt, verwendet man ja dann bloß zwei Kabel anstatt vier, das steht in der Anleitung drin, das ist die Brückenschaltung, nicht zu übersehen, und wir haben jetzt einen extra Anschluss mit dran für die vier Lautsprecher Eingänge oder vier Cinch Eingänge, so und da kann ich wiederum sagen, möchte ich die Cinch Eingänge nutzen, also einen Low-In mit Cinch oder mag ich die Lautsprecher Ausgänge von meinem Autoradio wieder nutzen, alle vier Stecker einfach abzwicken, mit Plus und Minus einfach direkt auf die Lautsprecher Kabel vom Autoradio drauf gehen und als Input für die Endstufe nutzen und parallel dazu eben dann wieder die Stromversorgung mit Plus und Minus, das sind wieder hier unsere Kabel, so und jetzt haben wir wieder vier Lautsprecher Ausgänge und eben unseren Remote-In, das habe ich bereits bei der One schon erklärt, wie das funktioniert mit dem Remote oder High-Level oder Low-Level Input und bei der Endstufe haben wir jetzt da unten noch mit Schalter, weil da kann ich jetzt dann sagen, für mein Frontsystem möchte ich zum Beispiel einen High-Pass haben, wegen mir bei 80 Hertz, kann das einstellen als High-Pass, kann dann hier, das ist alles sehr filigran hier, weil halt alles sehr klein ausfällt, habe ich dann wieder meine Regler mit drin, wo ich mein Level regeln kann und die Übernahmefrequenz, wo eben mein Lautsprecher System loslaufen mag, bei eben zwischen 40 und 400 Hertz regelbar, das gleiche für die anderen zwei Kanäle, wo wir zur Verfügung haben, auch umgekehrt eben, wenn man es gebrückt anfährt, für einen Subwoofer als Low-Pass, ebenfalls zwischen 40 und 400 Hertz regelbar, also das ist echt eine coole Geschichte, die Endstufen sind so geil, was die Temperatur betrifft, also Ground Zero hat mir gesagt, es gibt sogar die Endstufen, die haben ja weltweiten Standpunkt hier, da gibt es Scheichs, die haben in der Wüste, haben die diese Buggy's und, weil die natürlich da einen Sound drin haben wollen, nehmen die die Endstufen her in der Wüste, ja, also wir haben hier schon höhere Temperaturen und packen den sogar noch in einen Schrumpfschlauch rein, um das komplett wasserdicht zu verpacken und die funktionieren dann, das heißt, wir haben so eine niedrige Temperatur, was die selber entwickelt, wo man halt eigentlich überhaupt keine Probleme mehr haben, wenn wir das Ding mal hinter das Handschuhfach, unter den Teppich oder sonst wo rein machen, weil es eben sehr klein ist, es ist multi-multi einsetzbar und hat sogar trotzdem noch einen Temperaturschutz, einen Überlastschutz und einen Kurzschlussschutz mit drin als Schutzvorrichtung mit integriert. Also jetzt fragt ihr sicherlich, Olli, ist das jetzt geil das Ding oder es ist nicht geil? Ja, die sind geil und das ist meine Meinung, weil sie echt den Nerv der Zeit treffen, weil sie ultra kompakt sind, ich finde für eine normale Anlage die optimale Leistung haben hier mit 350 Watt RMS Leistung oder eben 4x60 Watt RMS Leistung für ein Front- oder Heck-Lautsprechersystem, die Technik ist ausgereift und ist auf dem neuesten Stand der Technik und wir haben selbst die Schutzschaltungen alle mit drin, die wir brauchen, also es ist einfach zu installieren, meine Empfehlung an Ground Zero, GZRA, Micro, One und Four, also ich finde es einfach cool. Ich hoffe ich habe euch jetzt ein bisschen mehr Zukunft ins Auto gebracht, wir freuen uns natürlich immer wenn wir Abos von euch bekommen und ihr unseren Kanal öfters mal besucht, hier gibt es extra einen Button dafür oder ihr könnt auch zwei weitere Videos über andere Produkte von uns anschauen, bis zum nächsten Mal, euer Olli. Samuelcastol 2 2 3 1 3 5